Hier ist nur mal als Vergleich ein anderes im Bankbesitz. Das kostet 9.000 Dollar mehr, ist halb so klein. Also es ist fast, wenn man es umrechnet, auf die Quadratmeterzahl doppelt so teuer. Es ist nur um die Ecke. Da ist Lake Berkeley Drive. Gehen wir jetzt mal hier rein. Ist auch im Bankbesitz. Das ist Möbliert. Die Küche wurde schon mal gestrichen. Zwar nicht gut, aber selten. Oh mein Gott, das ist Arbeit, das wieder runter zu machen. Oder drüber streichen. Das ist so Stain. Das ist der hastige Stain, den wir auch streichen. Da müssen wir es mit Ölfarbe streichen. Mit etwas anderes kann man da gar nicht machen. Gut, hier noch etwas plüschige Möbel. Das kommt mit einem klotzigen Fernseher. Wenn wir einen Pool haben, kommen Sie wieder in den Brief. Keine schöne Aussicht? Keine Aussicht, nein. Jetzt guckt nur hinten auf den Bretternzaun. Ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem anderen Objekt. Hier ist ein Master. Da ist der Kleiderschrank. Man sieht es wenig. Hier ist das Badezimmer mit einer Dusche. Und dann hat es hier noch zwei Zimmer. Eins mit Doppelbetten. Okay, jetzt muss ich ans Telefon. Okay, jetzt muss ich dann auch ein paar Bilder ausprobieren.